Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Wechselstrom ist unser Thema. Jetzt wollen wir uns um Parallelschaltungen kümmern. Bis jetzt haben wir Serienschaltungen gemacht, jetzt machen wir Parallelschaltungen. Parallelschaltungen fangen wir wieder mit R und L an. So wie bei der Serienschaltungen, wie wir mit R und L anfangen haben. Ich habe das wieder aufgezeichnet. Hier haben wir also eine Parallelschaltung mit einem Widerstand und einer Induktivität, also R und L. Was ist gleich an einer Parallelschaltung? Nun, die Spannung ist gleich. Hier haben wir die Spannung, die ist an R und an L. Und ich bin auch wieder nicht mein eigener Feind. Und ich zeichne somit die Spannung hier auf der reellen Achse ein. Da ist mein U. Okay. Also ich sage einfach, mein U ist gleich der Betrag von U mal E hoch J0. Zu diesem Zeitpunkt mache ich den Snapshot. Schauen wir uns zunächst wieder den Widerstand an. Der Widerstand hat ja nur einen Realteil. Das heißt, der I, R ist nichts anderes wie das U dividiert durch den R hier. Den da. Das ist also U mal E hoch J0 dividiert durch R. Das ist also U durch R. I, R mal E hoch J0. Das heißt, das I, R ist gleich das U dividiert durch R. Zeichnen wir hier ein. Da rüber, Winkel 0, da haben wir, machen wir ein bisschen größer den Pfeil, dass man das gut sehen kann. Hier haben wir eben I, R. Okay. Passt. Kommen wir zu I, L. Okay. Kommen wir zu I, L. Der I, L ist U dividiert durch den komplexen Widerstand. U dividiert durch J Omega L. Das ist also Minus J. Wie das kommt, habe ich ja schon erklärt. U dividiert durch Omega L. Was ist jetzt Minus J? Wenn man sich vorstellen, da ist Minus J, Minus, das ist Länge 1, Winkel, Minus 90 Grad. Das heißt, das ist 1 mal E hoch Minus J Pi Halbe. Also das da ist Minus J. Und dann haben wir mal, und das U war U E hoch J0 dividiert durch Omega L. Okay. Das ist also U dividiert durch Omega L. Und dann habe ich da Potenzen werden multipliziert, indem man die Hochzahl addiert. Das heißt, ich habe da E hoch J0 minus Pi Halbe. Und das ist also das I, L mal E hoch Minus J Pi Halbe. Mit I, L ist gleich U dividiert durch Omega L. Das heißt, das I, L, das geht da nach unten. Zack, Minus Pi Halbe. Da ist mein I, L fertig. Und dann haben wir natürlich auch noch den Fall, dass das Strom hier, I, Knotenregel in diesem Punkt, ist zufließend, abfließend ist I, L und I, L. I, L plus I, L. Also steht da praktisch, das ist I, L mal E hoch J0 plus I, L mal E hoch J minus Pi Halbe. So ist es ehrlich. Das heißt, das ist I, L minus J, I, L. Wenn ich das hier machen darf, im Zeigerdiagramm, dann haben wir hier Park, da ist der I, da ist der I zu Hause, da ist der I zu Hause, spinnen wir das hier noch etwas weiter. Das ist also, das ist praktisch der U dividiert durch R. das ist der I, L, das ist der I, L, und dann minus J, U dividiert durch Omega L. Das ist das. Jetzt sehe ich das U noch raus. Das heißt, das ist praktisch 1 durch R minus J, 1 durch Omega L mal U. Und wenn ich das Komplex hätte, dann müsste ich das U hier unterstreichen, passt. So schaut das aus. So schaut das aus. Hier habe ich wieder eine Zahl. Das ist jetzt keine Impedanz oder sowas. Ich meine, das ist 1 durch Z, die Impedanz. Aber wenn wir uns das anschauen, dann haben wir hier praktisch den Realteil. Das ist 1 durch R. Und hier den Imaginärteil, minus J, das ist minus 1 durch Omega L. Und da habe ich nachher eine Zahl. Eine Zahl. Wie nenne ich die? Ich nenne die einfach 1 durch Z. Weil das ist ja praktisch das. Und hier herinnen habe ich meinen Phasenwinkel. Phi gesamt. Den habe ich hier auch. Phi gesamt. Das ist der gleiche Winkel. Der gleiche Winkel. Und jetzt, wie lang ist dieses Z? Also das 1 durch Z ist gleich Pythagoras. Wurzel aus 1 durch R² plus 1 durch Omega L². Was ist das Z? Und das Phi gesamt. Achtung, der ist jetzt negativ, der Winkel. Geht nach unten. Das ist also minus Akustangens gegen Kathete durch Rang-Kathete. 1 durch Omega L dividiert durch 1 durch R. Das ist minus Akustangens R dividiert durch Omega L. Das ist der Winkel. Und was ist der Kosinus Phi? Kosinus Phi gesamt. Das ist Gen-Kathete. Also Ankathete durch Hypertenose. Das heißt, das ist 1 durch R dividiert durch 1 durch Z. und das ist also 1 durch R dividiert durch die Wurzel aus 1 durch R² plus 1 durch Omega L². Das heißt, das ist 1 dividiert durch, jetzt schreibe ich das R noch runter, R mal dieser Wurzel, 1 durch R² plus 1 durch Omega L². Und schon weiß ich wieder alles, was ich wissen will. Ich weiß also die Ströme, ich weiß den Phasenwinkel, ich weiß den Leistungsfaktor. Fertig. So geht das mit der Parallelschaltung von R und L. Also Strom ist nachheilend, deswegen negativer Winkel. Passt. Parallelschaltung von R und L, straight forward O2 quasi. Nächstes Mal also die Parallelschaltung von R und C. Funktioniert sehr ähnlich, werden wir uns ansehen. Und mehr ist dazu eigentlich nichts zu sagen. Nichts zu sagen. Mehr ist also nicht zu sagen, natürlich. Nächstes Mal Parallelschaltung R und C. Widerstand, Kapazität. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.